Dann mal los! Moment dann... ...hauen wir hier wieder unseren... ...so... ...den netten Rappenkopf... ...haben wir uns hier gelassen... ...gucken wir mal ein bisschen... ...was es hier so gibt... Egal, wir sind auch Rappen, ey! Arme Hirsch hier haben sie getötet! Gibt es hier unten nix, oder was? Hm... ...okay... ...nur'n blöden Hirsch... ...Guten Tag! Das sieht doch aus wie diese... ...Wurzel... ...Zeug hier, oder? Oh, da ist was! Ich muss mal Flammen nehmen... ...die Hexe ist hier ab, du Scheiße! ...Stirb, du alte Hexe! Los! Wo ist die andere? Wollen wir hier nicht noch ne Hexe? Hey, so'n... ...Glühwürmchen... ...sofort in die Tasche damit! So, Hexe... ...das nehm ich mal mit... ...den Rest kannst du behalten! So... ...dann wollen wir mal gucken... ...was es hier so gibt! Mann, 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 Mann... ...die sind aber auch hier ein bisschen krank, die Leute, wa? ...die sich hier für Süppchen kochen... ...die sich hier für Süppchen kochen... ...die nehmen wir doch... ...und... ...und... ...hier haben wir doch noch was... ...Ziegenfell... ...Frostsalze... ...alten Kopier... ...undne Truhe... ...Goldene Diamanthalskette... ...Wert 1200... ...leck mich am Arsch! ...die nehmen wir natürlich mal ganz schnell mit! Ja, wow, ey... ...gut, dass wir hier reingehören! Hm... ...so, hier war's! Moment! Jetzt muss ich erstmal kurz... ...überlegen... ...was haben wir denn hier so? Vom Stehlen! Nehmen! Nehmen! Stab der Lähmung! Das nehmen wir! Gut! Wir sind von da gekommen... ...wir müssen jetzt wahrscheinlich da rein, ne? Hab ich recht, oder hab ich recht? Ich weiß es nicht, aber... ...ich gehe... ...mal einfach hier lang... ...so... ...das nun mal wieder... Oje... ...ne blöde, blöde Spinner... ...wollte ich's doch nicht nehmen, Mann, ey... ...oh... ...was ist hier los? Oje... ...hab ich mich jetzt erschrocken, ey... ...Fuck you, ey! ... ...weiter geht's... ... ...also lass mich raten... ...hier... ...die gibt's Spinnen, ne? Oh! Los... ...brau dich um! ...komm ich nicht durch, oder was? Ja... Das Gute ist ja, dass diese bescheuerten Spinnen... ...so schnell umfallen... ...so schnell... ...oh! ...nein... ...gut, da brauchen wir noch mal ein bisschen Licht... ...da... ...hier... ...hier... ...wollt... ...du Spinnen, halt... ...da kann man irgendwie eh nix mit anfangen, oder? Warte, warte, warte Team ist mal sofort hier Wegpiedelnöppeln Geh weg, geh weg, geh weg Sehr gut Also so, Bandit Siegenkäse, nee Du hast Siegenfüße vielleicht Ah, was ist denn hier so ein verzauberter Schild, den Rest, das nehmen wir auch alles Ist da hier irgendwas von zerstört Hallo Skelett Ne, anscheinend nicht Immer noch hier so einen komischen Ei Gut, Moment Und Und weiter geht's hier Okay, hier ist schon mal so ein Zug hätte die übernehmen Seht ihr irgendwas? Ah, da geht was noch, okay Hier geht auch irgendwas auf Jawohl Ich hab noch ein Trüchen gefunden Goldene Juro Oh, die ist auch was wert Ist das noch was? Ne Okay Lydia, dann geht es hier für uns Weiter Moment, Moment, Moment Aber es war erst noch mal hier eine Runde beschweren So Komm ey, komm Hexe Geh kaputt Mann, das war ja Kinderspiel Schwarze Magier Oh, bei Stase Oh, wie was haben wir denn hier? Wasserharten und Veränderung verbessert Sehr schön Kann man das nehmen? Nee Wesen Jut So Was haben wir hier? Noch so einen Pilsken Jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander Moment, Moment, Moment Ich kam von Nein Von hier kam ich nicht Ich kam von hier Irgendweit Knife Und dann brauchen wir nochmal Kerzenscheiben So Das war das Das Hier geht es auch noch lang Gut Dant nehmen wir auch alles mit Hier können wir nix nehmen Nein. Können wir hier als kleines Nickerchen machen, oder? Ziegenbein, nehmen wir doch mit. Ui, was legt's hier denn für'n riesen? Ein Elch, mein Gott. Da haben die hier ein Elch reingeschleppt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Warte mal, jetzt müssen wir hier ran, ne? So, hier gibt's nen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.